Hallo und herzlich willkommen zu Jedes mal hört man Klick auf die Tastatur Wenn Sir Kretox die Aufnahme Wie ein Kind Nein! Ace of Space Verschiedenes Die dritte Folge Ace of Space Weil uns nichts besseres einfällt Ich komm nur nicht zum Aufnehmen Aber Sir Kretox Wollt ihr unbedingt Ace of Space und so Ihr wisst ja Ihr kennt mich ja Mir ist langweilig gewesen So ich bin Team Blau Er ist Team Grün Wir metzeln uns jetzt einfach mal nur so ein bisschen ab So ein bisschen Rage Mode aktivieren Bei uns jeweils Und einfach ein bisschen Spaß haben In Ace of Space Ja wie letztes Mal Nur dass ich die Map hier nicht kenn hier Ne Und ich hier raus will Nein ich kenn die Map nicht Ich hab hier ein großes BR Ja Oh Mann ich wurde zurückgesetzt Ja 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 klar Hm Na wo steckt der Schniki denn Der Schniki Der Schniki Das kommt von Schnike Oder von Schnecke Nein! Oh Ach ich wurde gar nicht zurückgesetzt Der hat sich wurde gekippt Der hat so hart Ja wirklich Wow Er hat's erfasst Yeah Sniper Hm Es ist eigentlich aktiviert Dass man Nein Dass man die Laser sieht nicht oder? Nope Also ist jetzt ein kleiner Schwierigkeitsgrad Ein bisschen rum modifiziert worden Ähm Ich hab's so eingestellt Dass man mit einem Schuss droppt Spielgeschwindigkeit ist auf 2 Ja wie letztes Mal Ähm Und halt mit einem Schuss stört man Was ist der da nicht mehr? Wo bist du? Oh Wo bist du? Der war geil Da war's Da war's Episch Oh Jetzt ist er nicht mehr Krieg dich Okay warte warte ganz kurz Spielpause Ich muss meinen Thron einstellen Anmachen Warte 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 Äh Ach Shit Ja Egal Kann ich nicht einstellen Ach Shit Shit Ich hab den Sound deaktiviert Deswegen kann ich das nicht im Spiel anmachen Kannst du die Option während des Spiels verändern? Also die Grafikoption kann man während des Spiels auf jeden Fall nicht verändern Ah Äh doch Kannst du äh äh Bist du wieder äh normal? Nicht mehr AFK? Ja Bin wieder normal Zack tot Ne Ja Das wär zu schön um wahr zu sein Ja bei dir kann man nie wissen mein Freund Leider bei ihm auch nicht Aber weniger als bei mir Boah nachher müssen wir noch Minecraft aufnehmen Ich hab übrigens den geilen Spielmodus gefunden Minecraft Minecraft Wir wollten eigentlich Äh du wolltest es eigentlich mal planen was wir das nächste Mal bei Verschiedenes Beziehungsweise bei Angezockt macht Egal haben wir einfach ne Runde nachgefahren Alter wo bin ich? Ich hab hier Betten gefunden Lagerfeuer Haha Ja Du bist halt im Kolosseum Ja Trotzdem Wo bin ich? Und wo bist du? Ah ich glaub hier nur im Kreis Wie ist der? So Aha Ja Hier raus Ich will raus Ah hier Da rum geht's raus Hallo Renak So Jetzt mal wieder hier den Schnicky Oh! Da läuft er ja! NEIN NIE! SHINY 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 NO! Ready to deploy We Er hast nur das geschafftt Ja, du wirst da durch meine Wand drücken. Scheiß. Nix lol. Ich kann mich nicht bewegen. Meine Finger ist gut, an mir liegt's nicht. What the fuck? Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich um. Ich dich auch. Ich bring dich um die Ecke. LOL! Ready to deploy. Mano! Um die Ecke. Ja, ich bin schon um die Ecke. Weißt du, wo ist er hin? Scheiße. Ja, das weiß ich leider auch nicht mehr. Ich hab da ne Mine abgeschossen und ich hab trotzdem Schaden bekommen. Was? Wie geht das bitte? Er stand so nah dran, als ich geschossen hab. Ach so. Dann ist ja klar. Ich bin jetzt ein bisschen ruhiger, denn ich bin konzentriert. Ja, ich auch. Das ist immer das Problem, man macht Let's Plays. Ja. Und dann sagt man nichts. Aber dafür hört ihr bestimmt jetzt irgendwie so Gangnam Style im Hintergrund oder so bei mir. Ich hab Gott das nicht gesehen. Ich hab' dich nicht gesehen. Kriegt dich. Nein! Scheiße! Was denn? Du wirst nicht mal gestorben. Ja und? Wo ist der? Jetzt kriegst du irgendwie so ein Hack oder so, dass ich dich nicht sehen will. Ja, klar. Wie immer halt. Guck. Jajajajajajajaj! Da ist er ja, der Graterny! Da ist er ja! Da ist er weg. Nee, ich hab ein Visier. Schon gar nicht! Scheiße, du rennst immer zu schnell weg. in Nordrhein-Western wohl in so einem kleinen Loft ja nein im Grunde genommen die nicht Jürgen Ich, du, du machst mich echt krank. Psychischer Schaden. Bist du. Madden, du trollst mich nur. Wie jetzt trollen. Wenn du sagst, du siehst mich, tust du es auch an. Nein, ich hab dich nicht gesehen. Wo bist du, alter. Wie, 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 wie. Yes bitch. was war das... Ne, weiß, guck dir das gleich in der Aufnahme. Nein, weiß, vorn ich kille dich. Du spawns neu. Dann will ich hinter dich oder ich will da reinspringen und dich killen, will grad abdrücken, fall in ein Loch rein und geh down. Ne, geh nicht down, aber ey, fall in ein Loch rein. Und dann hab ich dir was vorgemacht, dass ich dich im Visier hab. Nein, scheiße. Aber wenigstens wirst du dich, wo du bist. Nein, ich kann mich mal witz machen. Scheiße! Ja! Du hast zu viel Ace of Threads gesuchtet, mein Freund. Nee, nur, nur zwölf Stunden oder so. Oh mein Gott, steht das bei mir dran? Das steht. Das ist dann vier Stunden. Du hast doppelt... Du hast doppelt... Wo steht denn das? Äh, beim Steam Overlating Store. Also Shift-Tab drücken und so. Das steht bei mir da gar nicht. Doch, links oben. Da steht doch... Ach so. Äh, 14 Stunden die letzten zwei Wochen. Okay, Mann. Hahaha! Aber Marcel, äh, ist ein echt unfairer Gegner. Oder soll ich sagen, der Aimpot? Nein. Boah, ich hab voll den Ohr wo und dann noch so einen alten. Bist du alter? Tja, das frage ich mich auch, wo ich bin, nicht wo du bist. Matten, du kriegst da irgendwo unten in den Katakomben rum. Hahaha, geile Idee. Hahaha. Also ich geh jetzt da runter in die Katakomben. Das ist langweilig. So. Also haben wir hier einmal einen langen Gang. Da ist ne Lampe. Hallo Lampe. Oh, Lampe kaputt. Hm. Opa Lampen-Style. Boah. Was? Was? Hahaha. Ahem. Oh, Greedox. Hahaha. Yo, 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 yo. Yes, bitches! Waddup, bitchy, bitchy, bitchy. Ich krieg dich. Ich finde, wo dein Haus wohnt. Was? Er weiß, wo mein Haus wohnt. Oh, Junge. Das gibt's nicht. Mein Haus gibt's. Ach komm schon. Du musst auf dir irgendwo sein. Ach so, hast du mich nicht gesehen. Das war gerade aber auch zu offensichtlich. Ich bin einmal quer durch die Arena geradam. Und jetzt schon wieder. Mann, warum mache ich immer so komische Geräusche übernimmt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber freundlich habe das Gefühl, du räumst dich nicht gut auf. Freunde, ich habe das Gefühl. Bam. Geil. Die Runde geht nicht gut für mich aus. Ich müsste jetzt eigentlich hier... Hier. Ach du Scheiße. Ah, 14. Nein! 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 Aber okay. Die war dann kurz gebrochen. Und... Ach schade. Ich getroffen. Was machst du jetzt, ne? Nein! Das ist jetzt. Dammit. Du bist doof. Alter! Junge! Du heizst mich mal! Nein! Hoppa, kannst du nicht mehr. Nein! Slenderman! Ja! Ja! Du hast plötzlich toller davon hier auf! Oh, shit! Alter, der hat sich hier echt so erschreckt, als so wies' lassen. Man! Boah, nicht lustig. Doch, aber geil lustig. Oh man. Nicht lustig. Oh man. BAM! Verkackt. Nein! Scheiße. Ach komm. Ach du Crap. Da hinten springt irgendwas Fotos. Das bin ich. Nein, nein, nein. Warte. Warum falle ich in das Loch rein? Komm du, ich muss in das Loch rein. Ich muss in das Loch rein. Du bist hier gegangen. Du reißt nicht mal in welches Loch. Das da bei deinem Spawn. Nicht. Ja, es ist ja ein Loch. Ja. Ja, da, da, da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da unten ist er nicht. Ich... Ich boge mir jetzt ein Türmchen. What the fuck? Ach scheiße, ich hab keine Blöcke mehr. Oh man. L'Oreal Man Expert. Du hast null Blöcke. Ich hab null Blöcke. Ok. Doo, sneeckt der Sneaky jetzt schon wieder rum. Sag ich dir darf nich. Nee, sag ich den ess. Nag das nich, wenn du lachst. Dann hast du irgend...was gefahren. Nein! Nein! Noll! Ich bin da doch gar nicht drauf! Wo haben wir? Scheiße! Trouble! Fracki-Zeichen-Ausbiet-Zeichen Zenit verloren Zenit! Nein! Hashtag Hashtag YOLO Hashtag Hashtag Nein! Ich bin doch zur Seite gesprungen! Nein, nein, nein! Na, wo ist er denn? Oh! Kaffee! Nein! Semi-Kroll! Nein! Scheiße! Wo bist du? Boah, shit! Nein! Scheiße! Boah, ich krieg! Alter, du kommst da ja nicht mehr durch, ey! Ich weiß! Das war meine Absicht! Nein! Ach! Granate! Da benutzen wir mal Granate! Alter, war das knapp! Ach, du kommst! Verdammt! Ach, du kommst! Na, er langt jetzt ja auch, na, 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 na! Oh! Scheiße! Shit! Shit! Scheiße! Scheiße! Ich muss das machen! Nein, 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 nein! Lauf, lauf! Oh, man! Das ist Granate! Man of Troll! Nein, nein, nein! Ja! What the fuck! Spawn kill! Spawn! Du scheiße Spawn-Körper! Endlich! Ich hoffe, aber es ist nur noch eine Minute. Mal gucken, ob ich Skur da noch umreißen kann. Eminem! Was kommst du jetzt mit Eminem, Alter? So! Ich weiß nicht, was ich grad laber! Sie ist schon! Scheiße! Ja, das dachte ich mir grad auch schon! Mach schon! Oh, Mann! Nein! Wir haben die Arena leicht zerstört! Beschädigt! Kollateralschaden! Genau! Komm, wo bist du, du? Oh, Mann! Oh, ich bin in das Loch! Das ist eindeutig ein Kollateralschaden! Das ist halt die Haftpflicht! Das zahlt! Oh! Oh, nein! Loll! Wie hat er das irgendwie gekriegt, jetzt? Ja, weiss! Ich halte Rechtsklick gedrückt und dann kann ich sofort losschießen! Ich hab Gottseidank meine Lebensversicherung geschlossen! Der wird nichts bringen! Dieses Quartal bezahlt! Ich glaube, du gewinnst! Wo wischen du? Ich auch! Komm, Kredi! Wupf! Ich bin an deinem Spawn! What? Achta! Hallo! Nein! Ich hab' dir immer einen letzten Kill! Nein! Ich hab' dir! Nein! Bochonda! Sir Credox! Auszeichnung! Doppelpunkt! Zerstörer aller Dinge! Und auszeichnet! Ich hab' dir den Kopf-Empfänger voll auf die Nuss! Oh, Mann! Ich hab' dir so Spaß! Ey, Gottseidank hab' ich gewonnen! Warum gewinne ich immer und er macht immer einen letzten Kill? Wann hat er, wann hat er am beherrschtesten? Nein, ich hab' gewonnen! Was? Ich hab' gewonnen! Nein! Doch, an dem Punktestand! Ich hab' 3.500... Ja, komm! Aber an dem Stand! Sehr zählt! Okay! Bis zum nächsten Mal! Tschüss!